Hallo, heute wieder Einzelstock, Thema Segida. Segida 1 und 2 ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Backhand Position, Step Back, Vorwärts. Segida Nummer 1, zurück, beim Reingehen schlagen. So, Segida Nummer 2, im Prinzip erst einmal dieselbe wie Segida 1, am Ende ein X. Kurz beide nacheinander, Segida 1, Segida 2. So, das war's für heute, viel Spaß beim Üben.